Willkommen zurück, heute Teil 4, der Remtergarten. Ja, der Remtergarten ist ein Garten, den die Münche zum Zeitpunkt des Barock, wohl in dieser oder einer ähnlich abgewandelten Form, am Schloss Chorwei so auch mal betrieben haben. Also das heißt, vorne hat man natürlich den tollen Schaugarten, den repräsentativen Garten, und auf der Rückseite brauchte man den Garten natürlich, um sich selber zu versorgen. Das heißt, es gab einen Nutzgarten mit Gemüsebau, mit Pharmazie-Pflanzen natürlich, der in verschiedenen kleinteiligen Strukturen angelegt war. Und dieses wieder historisch gerecht auch an dieser Stelle zu zeigen und zu präsentieren, das wollen wir natürlich auch mit der Gartenschau erreichen, zur Gartenschau, aber natürlich auch auf Dauer danach, um im historischen Ensemble der Welterbestätte und der Klosteranlage eine gerechte Gartennutzung auch zu präsentieren. Wir sehen an dieser Stelle hier also im Prinzip kleinartig strukturierte Beetanlagen, die genau diesen Dingen nachkommen, also das heißt, Nutzpflanzen darstellen, auch alte Obstbaumsorten wird man sicherlich auf dieser Fläche in Zukunft finden. Aber, ganz wichtig auch, die Mönche waren ja die ersten Zierpflanzengärtner. Das heißt, die haben schon auch Pflanzen kultiviert, Blumen kultiviert und mit ihren Nachbarklöstern, in dem Fall sicherlich Korbi, auch getauscht und reproduziert. Und insofern, sofern Licht-, Boden- und Wasserverhältnis das an der Stelle zulassen, wird man natürlich auch an dieser Stelle die Gartenschau-Rose für Höxter wahrscheinlich präsentieren, auf dieser wunderbaren Gartenfläche. Wir sehen dann hier im Mittleren so einen Bereich, der so ein bisschen gräulich dargestellt ist. Hier werden wir im Prinzip so etwas wie einen kleinen Gartenplatz schaffen, in der Mitte der Anlage, der in Zukunft dann eben auch dazu dient, dass man dort verweilen kann, vielleicht auch einen kleinen Kaffee bekommt und seinen Tag- oder Sonntagnachmittag oder natürlich auch einen werktäglichen Nachmittag in der Gartenanlage genießen kann. Denn die Konzeption des Rentergartens wird so sein, dass man entweder natürlich dieses Westwerk, das Schloss und den Garten zusammen als ein Ticket wird buchen können oder aber, wenn man eben sagt, naja, also im Schloss war ich schon und im Westwerk war ich auch schon, aber eigentlich mache ich jetzt gerne nochmal einen Spaziergang und freue mich dann auch nochmal in den Gartenanlagen zu sitzen oder mir auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Tipp zu holen. Dann wird es in Zukunft auch die Möglichkeit geben, nur exklusiv die Gartenanlage in der Dauernutzung zu besuchen und zu sehen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz eklatante Veränderung und nochmal auch ein ganz neuer Zugang zu unserem einzigartigen Westwerk, denn im Moment sind ja die, die auf dem Wieserradweg unterwegs sind, finden ja erstmal nur die Rückseite der Klosteranlage und des Westwerks und über die Zugänge, die dann in Zukunft in der Mauer sein werden, können wir auch die Leute, die von hinten kommen, demnächst einladen, unser exklusives Highlight an der Stelle erleben und zu sehen.